nein kaputt und alles stirbt und schrei und hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von twoov mein name ist sunnelpy und in der letzten folge haben wir über den patch gesprochen heute läuft er oder heute ist er schon dran ja er ist schon da wie immer einen tag später das video erst und was ist tolles das tollste ist dass die shadow arenas verpackt sind ja das macht so viel spaß naja obwohl spaß ist immer relativ die sind so leicht dass das vielleicht gar nicht so viel spaß machen kann ich habe den ganzen tag schon welche gemacht jetzt wollte ich nur eine folge noch aufnehmen oder eine shadow wiener damit ihr einmal seht was ich meine mit verpackt denn eigentlich dürfte nur eine klasse im spiel also jedes mal wenn wir shadow in der starten steht unten links eine klasse drin die doppelt schaden macht also in jeden es jeder sa oder jeden shadow dungeon aber irgendwie haben dies geschafft aus versehen abzurutschen von dem also der programmierer wahrscheinlich aus versehen ist der davon abgerutscht bei diesem quelltext ist 412.000 zeilen zu tief gerutscht das kann ja passieren ist oft so und hat dann den keine ahnung u5 zu u3 oder so gemacht die gegner hier haben kein leben schaden machen sie noch immer so viel also eigentlich ganz cremig ich würde sagen ich werde es gleich hier eine folge ach einen shadow wiener machen und dann schauen wir uns mal in mit den neuen sachen um also boot und segel das gucken wir uns dann gleich mal an ich werde jetzt auf jeden fall schneiden bis dahin wo das ganze passiert ist nämlich doof sonst so jetzt sieht man hier schon den anfang und wie ihr seht explodiert hier einfach alles übertrieben schnell guckt euch mal die lebensanzeige von dem gegner ja an ja das da rechts ist keine kein u1 gegner dem man mit einem level 10 angreift und noch nicht mehr schilder kipp nein nein das ist ein u5 shadow wiener gegner normalerweise mit unmengen an leben unmengen also wirklich unmengen an leben und jetzt hier so ein kinder kack so und das war schon die vierte wave ich könnte die folge glaube ich 50 stück oder so aufnehmen und das wird gar kein stern und das war der endgegner habt ihr den entgegen überhaupt gesehen ich kann mich schon gar nicht mehr ändern den überhaupt gesehen zu haben so einfach ist das ja das war schon ganz daran und dann kann man hier so ein paar kisten kaufen wie immer der back war ja behoben ich weiß nicht ob ihr das wisst hoffentlich normalerweise ja da kommen einen ran machen wir noch mal eben schnell zum abgewöhnen das ging so schnell hätte ich gar nicht gedacht ehrlich gesagt und dann wollen wir noch mal na gut ich mache euch ein paar rands mehr ich weiß sowieso nicht was ich in dieser folge machen soll denn wir haben schon fast alles gezeigt was man zeigen kann so die nehme ich mal mit hier kommen wir mal ein stück mehr kaputt gegangen so dann gehen wir mal hier runter dann können wir nämlich hier noch ein paar besiegen gibt es noch ein paar da kommen aber welche durch bomben schmeißen also ich weiß es nicht wie die das geschafft haben ich bin ehrlich also mit der materie kenne ich mich schon aus und ich kann es nicht nachvollziehen haben die vielleicht von dem test server die werte übernommen wir haben die im test server die das reduziert dass man das alleine schaffen kann das kann ja sein aber es testet glaube ich gar keiner mehr die version die müssten mal ihre zeiten auf zwei wochen oder so reduzieren dafür mal vernünftig einfach mal auch selber testen aber sie haben ja schon angekündigt die werden test server einführen da können dann spieler schon vorher gucken was sie dann genau machen weiß ich gar nicht ob die das so machen dass man das einfach dass man jeder darauf kommen kann oder ob man sich anmelden muss ich habe keine ahnung jetzt gucken wir mal den endgegner ja einmal schutz im nacken und explodiert das war der endgegner eines shadow dungeon was ja sowieso schon übertrieben ist da die ja eh immer mehr leben haben übrigens dafür dass das hier so einfach ist ist der flugstum also die tun sind alle voll kaputt denn es gab es gerade nix einfach gar nix da ist das ding und was mich an kurz ist dass ich zwei schatten teile auf einmal gekriegt hat nein das nicht sondern naja das fand ich cool aber was nervig ist ist dass hier andauernd das umgestellt ist mal links mal rechts mal dazwischen mal unten reinziehen gut ein dran können wir noch aber dass der letzte dann aber dann reicht aber auch langsam werden wir noch ran zu folgen was das portal immer warum ist das eigentlich nie da wo sein soll vor allem alle da und tot die bomben sind ja ganz nice und nett gemeint ist eine schnelle kommende eines instant explodiert ist da kann man gar nicht drauf klar normalerweise würde ich mit der fee kommen einfach um euch mal zu zeigen dass ich sogar den endgegner mit vier schlägen und meine aber ich muss meine portion benutzen aber dann mit vier schlägen töte so wenig leben hat der ich kann ja gleich mal die feen nehmen einfach zum abgewöhnen komm stirb boah hält er sich heute lange da weiß keiner was da los ist so jetzt wieder der endgegner der der hat noch weniger leben als alles andere ich habe es genau gesehen so wieder zeug ich dadurch man manchmal will hat nicht so ach komm dann tausche ich einmal um hier sind so viele von denen gut ich muss mir die hier unten reinziehen und eine runde dancen das kann man nicht einfach vergessen ich habe das glaube ich noch gar nicht erwähnt dass ich das dance pad habe das ist so ein cooles ding einfach habe ja gesagt ich möchte das unbedingt haben da unten seht ihr das übrigens dass da jetzt jederzeit immer irgendwas steht jetzt der piratencaptain also jack sparrow der kriegt doppelten schaden warum ist eigentlich die kamera so nah jetzt zeige ich euch mal wie das aussieht hier guck mal piu 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 so sieht übrigens der schaden aus und ich habe noch nicht mal doppelten schaden und selbst mit doppelten schaden war das sonst viel viel weniger stirb aber auch richtig so also die preise werden wohl dementsprechend in die knie gehen das ist das natürlich der nachteil davon es ist zwar lustig aber augen werden wohl 1 zu 1 werden nach guck 1 zu 2 sind im moment schon tentakel 1 zu 35 nur noch ich dachte schon die elefanten haben nichts mehr an wert aber der rest ist schon der größte kack geworden naja ist normal die wings und sagt es nicht werden auch von jedem zweiten verkauft wird nämlich mal meine portion warum habe ich eine treffe na schon tot da sieht man schlecht wenn so viele darauf schießen auf jeden fall hat er kein leben ich weiß nicht wie er es geschafft haben aber ich kann mir richtig vorstellen die haben irgendwie die test vom test server das übernommen so ruhig mal wieder 5 stück schon wiederholen einfach nur nice ist es natürlich richtig cool weil es schnell geht wirklich schnell also das wort schnell ist hier schon fast untertrieben sonst ist es ja so wenn lava hier ist lavagebiet dann ist man schnell nur dann ist das schnell und mittlerweile muss ich sagen gefällt mir das lavagebiet gar nicht denn sogar da ist man langsamer als hier na guck mal was für ein damage wo ist er denn sterb der eine da guckt ihr dann wieder gelitten hat einfach nur er weiß gar nicht was er dagegen sollte was was er da sagen soll und der geht mir auf den nudel da mit seinem rumgewirbel ich schieße jetzt da runter da kriegt man wo das dort ja total lange eine runde portion schlucken und jetzt guck dir mal den schaden an der weg tot und schon wieder der entgegner ist echt ein lampen geworden dadurch also man kann es auf jeden fall gut solo machen höchstens die minute dauert dann ran wenn überhaupt ihr könnt aber auf die zeit achten ich meine jetzt nehme ich ja auf jetzt weiß ich naja ich sehe das ja jetzt zum schluss dann wie lange das gedauert hat so ich würde sagen jetzt werde ich auch schneiden wir sehen uns dann gleich wenn ich hier mit den rands fertig bin ich werde deren schlüssel noch mal eben ausnutzen und dann werde ich euch die schiffe zeigen die wir noch so alle auf lager haben also schiffe und segel und wieder segel bekommt und wir welches bekommt und blablabla also ich mache kurz pause hier bis gleich oh mein fucking gott jetzt seht ihr noch ganz schnell wie ich auf dem schiff reite das ist übrigens das schiff clipper of the master und sail of the master das bekommt ihr für level 70 und 80 kaputt und alles stirbt und schrei und ihr wisst schon so was habe ich noch und natürlich das aus dem power pack die beiden sachen steuerung ist ganz einfach je nachdem wie weit man nach vorne hält ändert sich das segel und dann kann man entweder schneller oder langsamer fahren so bleibt man jetzt stehen irgendwann mit der zeit und dann kann man halt ganz lässig mit einer hand bedienen so muss das wie im auto ok und es gibt noch ein segel das könnt ihr euch selber holen das ist sau teuer das hier das ist so teuer dass sogar die löcher inklusive sind die werden euch also gegeben so das master ding sieht natürlich schon irgendwie cool aus weil es golden ist vor allem dass ich finde das segel dazu total geil ansonsten hat sich nicht viel verändert der patch war ganz crämig demnächst werde ich euch dann mal die kauf tv kauf faktor mal zeigen ich denke mal dann morgen früh werde ich mal ganz kurz wenn ich dann oder morgen mittag wenn dann nach zwölf ist der neue tag dann bekomme ich ja wieder kauf kisten hier seht ihr übrigens so sieht eine kauf faktor coin aus also schwarz sieht aus wie eine münz coin nur halt schwarz wenn ihr die angeklickt habt bekommt ihr einen kauf faktor wenn ihr heute eingeloggt seid und wart schon 100 habt ihr das bekommen wart ihr noch nicht 110 also das ist das warum viele bestimmt meckern dass die keine kisten bekommen haben denn ihr müsst 110 gewesen sein als ihr eingeloggt seid nicht durch die schiffe oder sowas sondern ihr müsst schon 110 gewesen sein vor dem patch denn erst direkt nachdem der log in bonus berechnet wird 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 erst wurden erst die schiffe gut geschrieben und die flaggen oder die segel besser gesagt und das heißt natürlich selbst wenn ihr jetzt 110 seit durch die beiden denn es gibt ja 100 stück 100 punkte für die beiden schiffe also ein ganzes level wenn er so 109 gewesen seid habt ihr leider pech dann habt ihr gestern keine trugen gekriegt also naja gestern naja genau ich muss das eigentlich sagen gestern habt ihr keine trugen gekriegt und heute bekommt ihr die dann trotzdem so und für alle die die chaos coin benutzt haben natürlich wirkt die auch erst heute also an dem heutigen tag und nicht am gestrigen tag und somit würde ich sagen von meiner seite war es aus dass erst mal wir haben so viele es abends gemacht ist das geht gar nicht mehr klar ich wollte eigentlich nur ganz kurz noch ein paar tests machen ich habe noch ein kiel unten drin wie ihr seht ja dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten folge von tschau